Hallo, ich bin die Laura Letrari, ich bin eine Brixner Profischwimmerin und bin 32 Jahre alt. Ich lebe und trainiere seit 2008 in der wundervollen Stadt von Bozen. Ich bin da mit Herz und Liebe aufgenommen worden und bin der Stadt sehr dankbar. Ich habe bei den Olympischen Spielen 2012 mitgemacht und heute würde ich gerne einen kurzen Einblick geben, was ich so in meiner kurzen Freizeit mache, um mich gesund und fit zu halten und in den Winter hineinzustarten. Gehen wir! Heute sind wir beim Sportler hier. Sportler ist seit 44 Jahren das Sportfachgeschäft in Südtirol. Immer ein Vorteil ist, dass sie mit ganz vielen verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten, damit die Preis-Leistung für den Kunden halb gut ist. Ich mache viel Krafttraining in meiner Freizeit und deswegen zeige ich euch ein paar Krafttraining-Outfits und dann gehen wir es einmal umprobieren. Wir sind hier beim Sportler Alpin. Das ist der erste Sportler überhaupt. Da ist alles gestartet, die Geschichte vom Sportler. Es gibt keinen Südtiroler, der nicht unsere Landschaft und unsere Natur zu schätzen weiß und deswegen ist es total wichtig, welche Ausrüstung und Verkleidung man hat und deswegen gehen wir mal einschnuppern, was Sportler Alpin als Turbieten hat. Wir sind hier beim Sportler Alpin. Es gibt es schon seit über 40 Jahren und wie ihr wisst, ist für einen Sportler nicht allein wichtig, die ganzen Stunden von Training und die Erholung, sondern einfach auch die Ernährung und dass man das Richtige zu sich nimmt, damit man mehr Kraft hat und Energie für den ganzen Trainingstor. Wie ihr euch vorstellen könnt, mit den ganzen Stunden im Chlorwasser wird meine Haut extrem strapaziert. Deswegen ist es voll wichtig, dass man die richtigen Naturprodukte und Öle benutzt. Und jetzt bin ich beim Talavital und dann schauen wir mal, was ich alles probiert habe. Wow, toll! Nach den ganzen Stunden Training und Krafttraining und das ganze Duschen werden meine Haare eben auch zerstört. Jetzt bin ich da bei meinem Freund Dump, bei dem Dumpfwäscher. Das ist von mir als Zeichen einer von den Besten im Bozen. Und jetzt schauen wir mal, was er mir empfiehlt, um meine Haare mal zu retten. So, meine lieben Südtiroler und alle meine lieben Sportfanaten, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefällt. Das war ein kurzer Einblick zu dem, was ich tue in meiner Freizeit. Ich wünsche euch allen eine tolle, frohe Weihnachtszeit. Und vor allem bleib's gesund und lass dein Gurt gehen. Viel Dank! Bis zum nächsten Mal! Jetzt Hembe ich da!